Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute gucke ich mir mal das neue Raspberry Pi OS an, was jetzt auf Debian 11 Basis ist. Mal schauen, was uns da so erwartet. Und hier nochmal meine Selbstbeweihräucherungsseite. Ich bin Entwickler des Softwareverteilungssystems M23. Ich organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage, bin Dienstleister zu M23, Linux und freier Software ganz allgemein. Mache Softwareentwicklung, Beratung, Schulung, das ganze Gedöns dazu. Man kann mich auch wöchentlich in der Jean und Hauke Show auf Linux Guides sehen. Und da ihr ja schon dieses Video seht, kennt ihr entweder meinen YouTube oder meinen Peertube Kanal nicht. Da war ich seit letzter Schluss, auf dem ich Projekte vorstelle, mit denen ich mich beruflich oder privat beschäftige. Dieses Video hier, da geht es um den Raspberry Pi. Und ich benutze verschiedene Varianten. Mit dem 1er habe ich angefangen, habe ich auch noch eine Menge rumliegen. Dann habe ich den 2er irgendwann mal gekauft, den 3er, den 3b, was weiß ich, 4er. Und jetzt habe ich zum zweiten Mal den Raspberry Pi 400. Das ist so ein Komplettsystem mit Tastatur und da ist der Pi halt drin. Der taktet ein bisschen höher, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Den habe ich wieder rausgekramt, um das Ganze einmal auszuprobieren, was die neue Version von diesem Raspberry Pi OS so bringt. Noch ein paar Informationen dazu. Was ist das überhaupt? Letztendlich ist es ein angepasstes Debian, wo ein spezieller Körnel draufläuft, damit die Hardware von dem Raspberry Pi in verschiedenen Varianten sehr gut unterstützt wird. Und noch ein paar weitere Modifikationen, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein Debian-System. Am 08.11.2021 gibt es die neue Variante von dem Raspberry Pi OS, die ich heute zeige, auf Basis von Debian 11 Bullseye. Die Image-Dateien könnt ihr hier runterladen, da es so wackelt. Und es gibt drei verschiedene Varianten davon. Normalerweise nehme ich für meine Sachen dieses Lite, weil ich habe eigentlich nie einen Monitor dran. Das ist nicht das, was ich normalerweise damit vorhabe. Das sind meistens so kleine Serveranwendungen, die dort laufen. Aber für heute habe ich mir mal die With Desktop and Reconoment Software Edition runtergeladen und auf eine SD-Karte installiert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Kleiner Hinweis dazu noch. Ich habe das Ganze vorher noch ein bisschen angepasst. Diese Abbilddatei, dieses Image, was ihr da runterladet, was denn diese Größe hat, kann man vorher modifizieren. Dazu habe ich so eine Kurzanleitung schon mal gemacht, wie man das Ganze modifiziert, bevor man es auf die SD-Karte schreibt. In meiner Modifikation aktiviere ich schon mal den SSH-Server, gebe meinem Pi eine statische IP-Adresse, damit das in meinem Testnetzwerk auch funktioniert. Und ich wechsle auch gleichzeitig noch die Standard-Passwort aus. Falls euch das interessiert, guckt einfach mal auf das, was hier hinter verlinkt ist. Ja, genau. Ansonsten, schauen wir mal. Ich habe auch nicht viel Folien heute vorbereitet, denn einfach mal gucken. So, wenn man jetzt diesen Ersteinrichtungs-Dialog einmal durchgeklickt hat, wo man dann gefragt wird, ja, welche Sprache soll es denn gerne sein, habe ich mich für Deutsch entschieden. Wie sieht es mit WLAN aus? Wollte ich nicht. Ich habe ein Kabelnetzwerk in meinem Testnetzwerk eben. und, ja, ein paar weitere Fragen, dann pute ich das Ganze einmal durch und, ja, dann fällt einem das so entgegen. Dann würde ich einfach mal gucken, was haben wir denn da? Also, ich habe mir das vorher noch nicht angeguckt, also ich bin jetzt genauso, ja, gut davor oder genauso uninformiert wie ihr auch. Was haben wir denn hier so? LibreOffice zum Beispiel. Mal gucken, welche Version wir so haben. Die SD-Karte vom letzten Mal war irgendwie ein bisschen schneller. Jo. Was haben wir da? Wir haben einmal die LibreOffice-Version mit, äh, wo haben wir es denn genau? 7.0.4.2. Und wir haben irgendwie kein englisches Sprachpaket. Hat wahrscheinlich daran gelegen, dass es mit dem Netzwerk, wo dieser Konfigurationsdialog gekommen ist, noch nicht ganz funktioniert hat. Mal gucken, ob wir das Ganze noch irgendwo nachholen können. Ist ja auch eine ulkige Mischung von irgendwie Englisch und Deutsch. Vielleicht da. Ja. Leistung, Lokalisierung, Sprachumgebung, ja, eigentlich schon. Aber jetzt werde ich jedenfalls nicht mehr gefragt, was ich denn gerne hätte. Wenn ich das einmal zurückstelle auf Englisch und dann wird eingestellt, bitte warte. So, und dann vielleicht noch mal umstelle. Vielleicht kriege ich das damit noch einmal so hin. Gucken. Da. Nicht Österreich, sondern Deutschland. Okay. Und. Ja. Und? Na. Frag. 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 Nein. Okay, gut. Frag leider nicht mehr. Ach so. Eigentlich ja nicht. Hm. Hat er nicht wirklich was gemacht. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch auf dem Weg über APT die Sprachpakete dazu kriegen. Wäre eigentlich ganz nett. L10M sind glaube ich die Sprachpakete. Genau. So. Und dort möchte ich denn ja natürlich das Sprachpaket für Deutsch haben. A, P, T, Get, Install. Ja, diese integrierte Tastatur, ganz anderes Schreibgefühl als so eine andere hier. Natürlich auch deutlich kleiner und von daher treffe ich die Tasten auch nicht richtig. Muss ich halt ein paar Mal korrigieren oder auch hingucken. So, mal gucken, ob wir es jetzt auch auf Deutsch haben. Na, komm. So. Einmal noch hier den Writer. Mal gucken. Jo. Das haben wir schon mal. Sehr gut. So. Dann, ähm, was anderes, was glaube ich nicht mit dabei ist. Da gibt es nur unter Grafik ein Bildbetrachter. Aber ich würde jetzt ja auch noch irgendwie sowas wie GIM gerne haben. Gucken. Oder, ähm, das gibt bestimmt auch noch so eine Softwareverwaltung hier drunter. Add Remove Software. So, mal gucken, was die so kann. Wenn ich jetzt hier Grafik... Okay, okay. Ist schon mal eine ganze Menge so drin. Aber wenn ich jetzt einfach mal suche. Ich weiß ja, dass es GIMP heißt. Okay. So, einmal möchte ich gerne GIMP haben. Und... Jo. Hm. Eigentlich reicht das ja schon. So, und jetzt sitze ich, glaube ich, genau... Vor... Ja. Dem... Achso. Einmal. Noch mein Passwort, damit das auch klappt. Und... Wieder zurück. Ja. Gucken wir uns das gleich auch nochmal kurz an. Äh, was ich letztes Mal ja auch noch ausprobiert habe. Äh, als ich dieses Q4 OS auf dem, äh, Pi 400 ja ausprobiert habe. Da habe ich ja auch Blender drauf geschmissen und auch 0 AD. Das war ja noch die Version, die auf dem Debian 10 basiert. Ähm, mal gucken, ob das sich da jetzt irgendwie was getan hat. Ob das jetzt vielleicht flüssiger läuft oder so. Mal gucken. Okay. Beendet sich nach dem Installieren. So, mal gucken. Haben wir jetzt unter Grafik... Jo. Jo. Ja, also das, ähm, was man unter Debian 11 jetzt auch findet, denke ich mal. Und, ja, genau. Die dunkle Variante von dem GIMP gibt es dann. Dann gucke ich nochmal wiederum hier diese Softwareverwaltung. So, überdecke ich diese Buttons bloß so ein bisschen. 0 A Punkt D Punkt. Gucken. Boah, gibt's. Was auch immer jetzt von der Liste noch aktualisiert werden muss an dieser Stelle. Also, irgendwas hat er doch jetzt gefunden. Also. So, okay. Einmal das hätte ich gern. Und. Oh. Das wird er ja wohl auflösen, hoffe ich mal. Ähm, so. So. Länen. Länen. Geht wirklich nicht bloß mit hinkucken. Länen. Okay. Hätte ich auch gern noch mit dazu. Installiert er jetzt. Beide. Gucken. Man sieht's ja leider auch nicht. Äh, was er da jetzt macht. Das ist ja irgendwie so ein bisschen schade. Also, ja. Irgendwie Pakete werden runtergeladen. Aber welche? Wie lange dauert das? An welcher Stelle ist er jetzt? An welcher Stelle ist er jetzt? Das wäre irgendwie schöner als hier so ein kleiner Statusbalken, der irgendwie alles und nichts sagt. So, der Vorgang läuft. Immer noch. Keine Ahnung, warum das insgesamt so lange dauert. Äh, oder. Ne, Vermutung hab ich. Dass es an der SD-Karte liegt, dass die halt viel, viel langsamer beim Schreiben ist, als die, die ich vorher hatte. Hm. Im anderen Video, wo ich das QVOS vorgestellt hab, da ging das halt alles deutlich zügiger. Hey. Fertig. So, mal gucken, was haben wir denn überhaupt mitgekriegt. Haben wir jetzt beide mitgekriegt. Wir haben jetzt Blender mitgekriegt. Und. Spiel. Okay, gut. Grund, warum das so lange dauert, äh, es hat wirklich beides mitgenommen. Dafür ist es wiederum eigentlich ganz schön zügig. Denn hier 0 AD, das ist ja gar nicht so klein. Äh, starten wir das Ganze mal und gucken mal, wie das jetzt aussieht. Und, ja, das war ja auch schon mal relativ zügig. Dass es jetzt so ein bisschen hier, äh, nicht ganz so flüssig vielleicht ist. Das liegt vielleicht erstmal an der Capture-Karte, die ich da jetzt dran habe. Und, äh, die Maus zieht auch so ein bisschen nach für das. Also, das seht ihr wahrscheinlich nicht, aber es dauert immer einen kleinen Augenblick, bis das denn so ist, wie ich die Maus eigentlich bewegt habe. Dass der Körse dann da ist. Und das ist so ein bisschen wie auf Seife. Aber, das soll euch insofern nicht kümmern. Gucken wir uns das Ganze einmal an hier. Wie ich das letztes Mal ja auch schon gemacht habe. Ich lasse jetzt zweimal diesen Petra-Bot da, äh, gegen sich selbst spielen. Ich nehme mich mal kurz so ein bisschen aus dem Weg. So. 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 Einmal da hin. So, äh, ich kann schweben. Und, äh, einmal Spiel starten. So. Vielleicht so irgendwie. Mal gucken, wie es gleich hinkommt. Jetzt können wir eben gleich zugucken, wie beide KIs gegeneinander spielen. Und wie gut das Ganze eben läuft. Boah. Boah. Keine Ahnung. Ist das jetzt schlechter als letztes Mal? Denn, ähm, oder ist es besser? Ähm, ja, ist irgendwie im, im spielbaren Bereich, würde ich sagen. Also nicht, äh, nicht jetzt flüssig oder so. Aber zur Not könnte man es halt spielen. Ich glaube, so etwas Ähnliches habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Das ist jetzt auch mit relativ viel Effekten. Das letzte Mal habe ich es dennoch deutlich runtergedreht. Mache ich gleich auch noch einmal. Ähm, denn eine der Neuerungen ist, ähm, dass es jetzt einen freien Grafiktreiber gibt. Also vorher bei den alten Versionen von diesem Raspberry Pi OS war es ein proprietärer Treiber. Und jetzt ist es eben freier. Jo. Mal gucken. Wenn man da noch ein bisschen was machen kann. Optionen. Grafik. Jo. Vielleicht hier. Hm, mal runter. Und. Wassereffekte vielleicht einmal aus. Und. Schatten. Niedrig. FPS-Begrenzung brauchen wir eher nicht. So. Mal gucken. Zählt das jetzt schon. Ja, äh, jedenfalls zum Teil. Also das Wasser sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Und, ja, ist es dadurch jetzt wirklich flüssiger geworden. Kann man sich jedenfalls einbilden, dass das ein bisschen besser läuft. Ja, also läuft, könnte man, könnte man, könnte man direkt spielen, aber woanders läuft es natürlich besser. Ist ja auch keine Spielplattform. Also prinzipiell geht's, wie auch beim anderen, könnte ein Tick besser geworden sein. Guckt euch einfach nochmal das andere Video an, dann habt ihr direkt einen Vergleich. So, dann. Jetzt sitze ich wieder genau davor. Muss ich mich einmal wieder. Einmal hier rüber. Fortfahren. Und. Wieder zurück. Denn ich will ja auch noch irgendwie hier verlassen. Ja. So, beim letzten Mal habe ich mir ja diese Demo-Szene für Blender geholt. Blender gibt's diesmal halt nicht. Ist so. Ja, wenn euch das interessiert, vielleicht findet ihr noch irgendwie einen lustigen Workaround dafür, dass das auch funktioniert. Ja. Genau. Was haben wir hier noch? Ein paar Spiele gibt es. Soccer wird wahrscheinlich ein Fußballspiel sein. Gehe ich mal. Okay. Ja, ja, ja. Was macht man denn da? Enter. Hm. Ja, ja. Ah. Leertaste. Leertaste nicht Enter drücken. Äh. Easy. So. Mal gucken. Ah. 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 Äh. Wo bin ich? Ach da. Pfeil, Pfeil. Nein. Äh. Toll. Das wäre jetzt leicht. So, ich muss ja bestimmt nach oben. Äh. So. Und, und, und. Ey. Ich habe ein Tor gemacht. Nein. Nicht, nicht warten. Ah. Ach so. Ach, der Ball bleibt kleben. Okay, okay. Okay. Ja, jetzt habe ich es langsam verstanden. So. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und. Äh. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo bin ich? Ah. Ja, man kann damit also, äh, Fußball, äh, spielen. Und verlieren. Okay. Gut. Ähm. Das ist schon mal mit dabei. Das läuft auch flüssig. Was haben wir noch? Ähm. Was mit Hasen? Äh. Wie ist das noch? Äh. Frogger, glaube ich. Ja, ja. Ah. Ich war immer schlecht in solchen Spielen. Jetzt schon verloren? Wo ist der Hase? Äh. Okay. Muss man wohl schneller sein. So. Start. Äh. Hüpf. Ach. Man muss hier jetzt mal hüpfen. Ja. Ah. Komm her, Hase. Hüpf. Lauf. Lauf. Nein. Hm. Ja. Da kann man auch ein Hasenspiel spielen. So. Noch irgendwas Lustiges. Ähm. Tja. Mariah Pot? Das ist auch sowas. Also. Ach. Okay. Nein. Lieber nicht. Das nimmt kein gutes Ende. Äh. Dann VLC ist installiert. Dann haben wir noch hier Chromium und Claws Mail. Das ist eigentlich ein ganz netter kleiner Mailer für, äh. Ja. Also der ist eben irgendwie kleiner als Thunderbird. Hatte ich auch schon mal für, ähm, mein Mail-Server Video gemacht. Von den Tux-Tagen letztes Jahr. Und, äh, da habe ich den dann halt benutzt, um das mal zu demonstrieren. Ja. Gucken. Kann ich da rein? Ohne. Nee. Also ist halt, äh, äh, Mail-Client, ähm, ja. Der eben ein bisschen anders ist, aber, kann ich so rein? Ja. Der ist eben ein bisschen kleiner und, äh, ja. Vielleicht auch ein bisschen schneller. Keine Ahnung, wie, wie gut er sich schlägt, wenn man nun wirklich relativ, sehr, sehr viel, relativ Mails da drin hat. Ob das nachher deutlich langsamer wird. Es gibt auch ein, äh, Plugin für GPG. Also von daher ist es, ähm, für diese normalen Dinge ein kompletter Ersatz, ähm, mal was Schlankeres haben möchte. Ich glaube, darum haben sie es auch hier gewählt. Ja, und dann haben wir noch verschiedene Entwicklungsumgebungen für Java, für, für Python, für Scratch, für, äh, mathematische Anwendungen und so weiter und so fort. Ist jetzt noch nicht unbedingt so mein Thema. Also von daher, wenn ich mich da jetzt versuche, dann kommt nachher bloß Morgs raus. Guckt euch das am besten selbst an, wenn euch das interessiert. Ähm, ansonsten, was haben wir hier noch? Man kann die Oberfläche noch ein bisschen einstellen. Mal gucken, was da so geht. Ähm, das ist denn... Oh, jetzt sitze ich wieder davor. Okay, mal was anderes. Den Sonnenuntergang haben wir uns lang genug angeguckt. Dann kann man hier noch irgendwie die Farben anpassen. Ob ich einen Papierkorb haben möchte. Documents. Also auch so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Aber mag daran liegen, dass das, wo dieser Dialog kam, dass das Netzwerk nicht funktioniert hat, dass das normalerweise halt besser funktionieren würde. Was haben wir hier noch? Okay. For larger screenset. Ah, das ist natürlich praktisch, wenn man jetzt wirklich einen großen Monitor dran hat, also so einen 4K-Monitor, dass dann insgesamt die Schriften und alles größer wird. Das hat mich hier so... Ja, Medium ist doch gut. Und für Klein wird es ganz klein. Aber nö. Medium ist, glaube ich, ganz gut. Ja, okay. Noch mal gucken. Noch irgendwie was Interessantes dabei. Druckeinstellungen. Kann ich Drucker mitverwalten, denke ich mal. Also ich habe jetzt keinen Drucker dran. Und im Netzwerk ist jetzt auch keiner freigegeben, sodass das jetzt irgendwie mir großartig was bringen würde. Aber ich kann jetzt hier verschiedene Drucker im Netzwerk hinzufügen und die über verschiedene Protokolle anbinden. VNC Remote Printer? Was das alles gibt. Oder wahrscheinlich kann ich auch über einen von den USB-Ports einen Drucker direkt anschließen. Aber habe ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit. Screen Configuration. Recommended Software. Mal gucken, was da noch so kommt. Ah, okay. Da haben wir jetzt noch Software, die wahrscheinlich direkt vorgeschlagen wird. Oder wo die Entwickler von dem Raspberry Pi OS meinen, das wäre eine gute Idee. Nett ist, dass die hier das Visual Studio Code nicht automatisch mit dabei haben. Da gab es dann eine Menge böses Blut. Über ein Update wurde dann auf einmal eine Microsoft-Paketquelle mit eingebunden bei den ganzen Pies. Und bei jedem Update gab es dann auch einen Ping zu Microsoft drüber. Das war nicht so schön. Haben sie jetzt anscheinend rausgenommen. Also solche Sachen beim Update einfach mit so... Ach, übrigens, es gibt noch mal so eine kleine Dreingabe dazu. Unter dem Radar finde ich irgendwie nicht so schön. Fand anderer eben auch nicht so schön. Ja, und dann gab es halt diverse Ideen, wie man das Ganze wieder deaktivieren kann. Habe ich auch gemacht. Damit ich nicht bei jedem Update bei meinem Pi, der jetzt quasi den Serverdienst übernimmt, zu Microsoft einmal hinbringen. Hallo, übrigens, ich habe einen Pi. Das ist ja schön. Und was macht euer Visual Studio Code da? Gibt es da eine neue Version von? Aber das will ich ja gar nicht da drauf. Ja, also am besten immer fragen, ob der Nutzer das halt will. Finde ich eine nette Sache, sollte man immer so handhaben. Und nicht einfach beim Update als Dreingabe mit dazugeben. Okay, anderes Thema. Was haben wir hier noch? Den Smart Sim haben wir schon. Games, das hatten wir auch schon. Achso, okay, das ist gleich eine ganze Sammlung, wo das mit bei ist. Internet, Sachen haben wir auch schon. Die Pro Office. Für 4K-Monitore, Hintergrundbilder. 4K habe ich jetzt hier nicht, sonst würdet ihr wahrscheinlich auch nicht viel da sehen. Und Programmierumgebung, bis auf Visual Studio Code. Und Universal Access. Also für Leute, die entweder nicht gut sehen können oder eben gar nicht sehen können, kann man sich denn Teile auch vorlesen lassen oder eben so weit vergrößern, dass man wiederum was sehen kann. Auch eine praktische Sache. Ähm, ja insgesamt, äh... Ja, also funktioniert insgesamt so, wie es ist. Äh, jetzt optisch und von dem, was da irgendwie mitkommt, hat mich das jetzt eher nicht überzeugt. Also das QVOS fand ich irgendwie runder. Also es lief irgendwie deutlich runder dabei. Basiert er allerdings auch noch auf dem Debian 10. Ja, also diese oberflächige Pixel, heißt die meine ich, ist, ähm, halt sehr einfach, sehr rudimentär irgendwie. Und, äh, ja, also mir gefällt die so gar nicht. Aber müsst ihr wissen, wie ihr das Ganze findet. Ja, ansonsten, äh, probiert's aus, lasst es bleiben, ähm, viel Spaß damit und, äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020